Hallo, hier ist Rassvita, deine Heiltherapeutin. Ich fand den Tag heute wunderschön. Warte jetzt gerade auf eine Klientin und ich möchte euch mal den Gedanken mit auf den Weg geben, für was ihr denn heute so dankbar seid. Ich finde es einen wunderschönen Tag, daraus pfeifen die Fügel, es ist sonnig, es ist warm, wie seit Tagen schon nicht mehr. Ich finde es wunderschön, es ist den Tag genießen zu dürfen. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Für was bist du heute dankbar?